Hallo zu einem weiteren Video der Trade Skill Master 4.10 Serie, heute mit dem Thema Herstellen, Craften von Items mit Teil 4. Wir fangen auch gleich direkt an und zwar müsste das Beruffenster öffnen. Das schaut in TSM 4.10 so aus. Das WUE UI, wenn ihr das zurück haben wollt, also Standard Blizzard Interface, einfach auf den Button dort oben klicken, dann seht ihr das normale Interface. Wieder auf TSM 4 und ihr seid wieder automatisch im TSM 4.10 Menü. Wir haben dort Herstellen, Sammeln, Reports. Da gehe ich jetzt dann Schritt für Schritt darauf ein. Wir haben dort auch eine Herstellungsliste, eine TSM Gruppenliste, auch wie man Gruppen erstellt und damit Items herstellt, kommt in dem Video vor. Grundlegend, wir haben da die Rezepte. Dort oben haben wir den Beruf. Ihr könnt durchschalten zwischen Inschriftenkunde, Frau Zauberungs-Kochkunst, wäre das bei mir der Fall. Wenn ihr natürlich mehrere Berufe auf einem Charakter habt, habt ihr auch das Dropdown-Menü dort. Wir sehen die Item-Namen. Also das sind alle, alles was dort aufgelistet ist, ist wie im Standard Interface, alles was mein Charakter bis jetzt gelernt hat. Herstellen ist die Anzahl der Items, die ich bauen könnte, mit den möglichen Materialien, die ich gerade im Inventar habe. Grün heißt, ich habe fast alle Materialien dafür, also ich kann auf jeden Fall eins bauen. Gelb heißt, dass mir zumindest eine Zutat fehlt. Würde ich aber nicht allzu viel drauf geben jetzt. Ränge. Die Ränge, wie man es aus BFA und Legion kennt, je höher der Rang, desto weniger die Herstellungskosten, ist damit aufgelistet. Wir schauen uns jetzt aber den nächsten wichtigen Punkt an und das ist meiner Meinung nach Herstellungskosten. Die Herstellungskosten, wie ermitteln die sie? Wir gehen da in das normale Interface, unter Einstellungen, Herstellen und sehen da einmal Default Materialkosten und Default Craft Value. Wie ihr da dann aber schon erkennen könnt, sind dort verschiedene Preisquellen eingegeben. Wie im dritten Teil von dieser Serie sind wir ein paar Preisquellen durchgegangen. Ihr seht die Materialkosten. Diese Zeile ist dafür zuständig, wie sich der Wert dort zusammensetzt. Denn da wird errechnet, wie teuer die Herstellung von eurem Item wäre, anhand der Min-Funktion. Der nimmt sozusagen für alle Materialien, die ihr für die Herstellung braucht von einem Item, wo ist die günstigste Variante, wie ich an dieses Material komme. Mal abgesehen von einem Item selbst zu farmen, sondern über das Auktionshaus. Also das ist immer über das Auktionshaus gerechnet. Wenn ihr natürlich eure Materialien selbst fahrt, sind die Herstellungskosten in Form von, dass es euch was kostet, das rauszukaufen, bei Null. Wenn dabei für Händler-Items, Crafting, wenn es günstiger ist, gewisse Sachen herzustellen, wie ein Geister-Eisen-Bahn herstellen, anstatt Geister-Eisen-Erz zu produzieren. Geister-Eisen-Erz-Bahn wäre günstiger, anstatt die im Auktionshaus zu kaufen, indem ihr Geister-Eisen-Erz kauft und so weiter. Das ist dieser Wert, der für euch zuständig ist, was die Herstellungskosten angeht. Der Wert daneben, der Item-Wert, ist sozusagen der Preis, wie das Item, wenn es hergestellt ist, im Verhältnis zum Auktionshaus steht. Denn wir fahren da jetzt mal kurz drüber. Ihr seht da jetzt die Kriegsrolle des Schlachtrufes. Es hat einen Item-Wert von 17 Gold. Ich fahre auf den Tooltip. Den seht ihr vielleicht gerade etwas schlechter. Ich fahre jetzt nochmal drüber. Ihr seht, der Mindest-Sofort-Kaufpreis für die Kriegsrolle des Schlachtrufs ist 17 Gold. Das ist der Item-Wert. Und wir schauen jetzt nochmal in die Preisquelle. First, DB Min-Bout, DB Market. Also er nimmt den Wert mit First, der niedriger ist. Oder beziehungsweise First, weil er dort vorne, weil er so steht, DB Min-Bout, DB Market. Macht natürlich Sinn. Warum ist DB Market drinnen? Sollte kein Item von euch, was ihr produziert, das ist gerade bei seltenen Transmog-Items, wo ihr vielleicht der Einzige seid, der die Waffe herstellt und es gibt keinen DB Min-Bout, dann nimmt er den DB Market. Also dafür ist die zweite Preisquelle für den Item-Wert. DB Min-Bout macht durchaus Sinn, weil wenn ihr das Item jetzt produziert und dann ins Auktionshaus reinstellt, dann ist es ja genau zu dem Zeitpunkt der Wert, an dem ihr euren Gewinn errechnen wollt. Ich ziehe das mal kurz größer und wir schauen uns das an. Denn da kommt schon der interessante Punkt Gewinn. Der Gewinn ermittelt sich aus den Herstellungskosten im Verhältnis zum Item-Wert. Ihr seht, 17 Gold kriege ich, wenn ich das Item ins Ahr stelle. 80 Gold kostet es mich zu produzieren. Das heißt, ich würde ein Minus von 63 Gold machen. Die Kombination, diese drei Spalten sind für uns entscheidend, ob sich das ganze lohnt zu produzieren oder nicht. Ich fahre mal kurz raus. Was wir noch haben, was vielleicht interessant für den einen oder anderen sein könnte, sind diese Regio Sell Rates, die Verkaufsrate. Wir haben das auch schon mal durchgesprochen. Ich fahre auf das Item drauf und dort steht eine regionale Verkaufsrate von 0,27. Was bedeutet die Verkaufsrate? Man kann es auf 1.000 oder auf 100 rechnen. Würde man von 100, wenn man 100 Items ins Auktionshaus, 100 mal die Kriegsrolle des Schlachtrufs ins Auktionshaus stellt, verkaufen sich im Schnitt 27 Stück davon. Da kommt die 0,27 oder stellt man 1.000 rein, verkauft sie 270. So ungefähr ist die Umrechnung, dass man mal weiß, wo das hingeht. Items mit einer Verkaufsrate von 0,01. Das heißt nicht, dass sie sich nicht verkaufen. Das ist gerade bei Transmog-Items sehr häufig der Fall, aber es gibt jeden Tag mal einen, der vielleicht genau in dem Moment euer Item haben will. Da seht ihr eben bei der Produktion, welche Verkaufsraten sie haben. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt und da springe ich direkt schon auf Report. Dort sind jetzt alle Items nochmal aufgelistet. Ihr könnt da oben auswählen, Filter nach allen Berufen berufen, die euer Server kann. Also nicht nur euer Charakter, sondern wenn ich da drauf gehe, steht da Ingenieurskunst, Schneiderei, Verzauberungskunst, Bergbau, Kräuterkunde, Juwelierskunst, Kochen. Alles, also alle meine Charaktere, die auf dem Server sind, sind da in diesem Report drinnen und Rezepte mit Gewinn. Jetzt kann ich hergehen, den Button dort oben auf Gewinn anklicken und es sortiert mir anhand des Herstellungskosten, Itemwerts, die Items, die sich auf meinem Server gerade lohnen würden, herzustellen. Und jetzt ist aber die Vorsicht dran, dass das Zielfernrohr des Ausgucks, wenn wir drauf fahren, er hat nämlich jetzt den Mindest-Sofort-Kaufspreis genommen, wie ich euch vorhin erklärt habe, in dieser Preiseinquelle, FirstDBminBuyoutDBMarket. Jetzt hat das Itemwert von 393.000. Ihr seht, das hat einen regionalen Verkaufswert von 56 Gold, Marktwert 133 und einen DB-Market normalerweise von 29. Also man muss schon noch mit Hirn sozusagen das Ganze da durchgehen und nicht einfach Items jetzt, okay, die lohnen sich alle, ich produziere die jetzt alle. Wenn ihr aber jetzt durchgeht, ihr könnt trotzdem noch euren Beruf auswählen, zum Beispiel, ich nehme jetzt dort meinen Schneider, oder was nehmen wir? Verzauberungskunst, Inschriftenkunde, wollte ich euch zeigen, ich suche es gerade, wo es ist. Inschriftenkunde und seht, das gravierte Gefäß des Mystizismus verkauft sich jetzt nicht mehr so toll, außer es will jemand aus Transmog gründen. Warum? Das Itemlevel ist 59, das höchste Itemlevel ist aber gerade das unheimliche Set. In dem Fall wäre das dieses mit 72. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe, die lohnen sich da. Ich will jetzt auf jeden Fall den Schmuck herstellen, klicke ich mit der linken Maustaste drauf und ich habe eines sozusagen hinzugefügt meiner Warteschlange, zu der ich jetzt gleich komme. Ich kann jetzt sagen, ich will fünfmal das bauen. Ich würde gerne fünfmal davon bauen und von dem geätzten Gefäß nehme ich auch nochmal fünf mit. Jetzt habe ich mich für die fünf Items entschieden. Was ihr noch machen könnt, oder was auch ganz praktisch ist, wenn ihr nicht mit Warteschlangen arbeiten wollt, ihr könnt dort oben den Haken, nur herstellbare Items, anhaken, dann zeigt er euch nur Items an, für die ihr Materialien gerade habt. Wir machen das weg. Wir sehen jetzt fünf von fünf. Mit der rechten Maustaste könnte man das wieder entfernen. Links ist hinzufügen. Jetzt gehe ich wieder automatisch auf Herstellen und ihr seht, in meiner Herstellungswarteschlange sind jetzt diese Items eingefügt, was ich gerade haben wollte. So kann man auch über den Report, gerade am Anfang, wenn man mal in seine Berufe reinschnuppern will, schauen, was kann denn, was habe ich denn so viele Items, was lohnen sich? Natürlich Vorsicht, man sieht es gerade am besten Beispiel da. Gerade mit dem Gear, was man jetzt in BFA bekommen hat, was ja mit jedem Patch wurde das ja erweitert, die Sets, die Gladiator-Sets oder des berüchtigten Kämpfers von den verschiedenen Item-Level-Stufen. Und da sind noch Sachen drinnen, die weit über dem Wert sind. So wie da, das 300, das war die 59er, war früher die 310er Rüstung. Kauft halt niemand für 17.000 Gold. Also da müsst ihr aufpassen. Erfahrung braucht es auf jeden Fall, aber man kann so mal durchschauen, okay, wie sind die Preise gerade, was könnte sich lohnen. Dann gehen wir wieder zurück auf Herstellen. Wir haben dort oben noch den Reiter Have Skill Ups. Könntet ihr, wenn ihr jetzt Berufe skillen wollt, einstellen, dass euch nur Rezepte anzeigt, wo ihr ein Item-Level oder ein Skill-Punkt kriegt. Speziell für Shadowlands interessant, wenn man seinen Beruf skillen will. Das war der Teil. Jetzt gehen wir zu noch einem wichtigen Punkt, wo sehr viele Leute scheitern oder Probleme haben. Manche Materialien haben Items dabei, wie die hochgeborenen Compendien, die Expulsum benötigen. Expulsum hat keinen Auktionshauswert, weil es nicht im AH verkauft werden kann und auch nicht beim Händler gekauft werden kann. Darum gibt es keinen Wert dafür. Und dann kann bei euch sein, dass bei euch die Zeile Herstellungskosten einfach leer bleibt. Wie kann man das umgehen? Und zwar ihr müsst auf Reports gehen, auf den Reiter Materialien. Dort sind alle Materialien aufgelistet für die Berufe. Sucht das Wort jetzt als Beispiel Expulsum. Klickt auf das Item drauf und dann hat jedes Item einen eigenen Reiter, eine eigene Möglichkeit einen Materialpreis einzugeben. Ich könnte jetzt hergehen. Ich kopiere das Ganze mal raus und gebe dort 1000 Gold ein für Expulsum. Jetzt hat Expulsum ein Materialwert von 1000 Gold. Wir schauen uns den Beruf nochmal an und schauen, wo jetzt die Herstellungskosten für die hochgeborenen Compendien liegen. Sind jetzt deutlich gestiegen. Ich mache jetzt keinen Gewinn mehr, weil jetzt sind die Herstellungskosten bei 2475 Gold. Warum? Ich brauche zweimal Expulsum, was 2000 Gold sind. Wir gehen wieder zurück auf Reports, Materialien, Expulsum. Geben dort den Wert ein. Ihr könntet auch, wenn ihr die Materialien ganz simpel und einfach für euch berechnen wollt, ein Gold eingeben. Weil ihr sagt, ich farme das Blut von Sageras. Farme ich mir. Das Expulsum, das kriege ich so durch Weltquest. Das hat für mich keinen Wert. Ich will, dass es mit 0 berechnet wird oder mit einem Gold. Ich schaue auf Herstellen und sehe jetzt, dass die hochgeborenen Compendien jetzt nur noch 477 in der Herstellungskosten und im Verkauf mache ich dann bis zu 3500 Gold Gewinn mit diesem Level 72er Schmuck. Für mich war das also für die Leute, die dann wirklich ins Detail gehen wollen und das genau beim Expulsum kann man craften. Und zwar gebe ich wieder Expulsum ein und gebe meine Preisquelle ein und zwar diese da. Das ist aber dann jetzt schon wirklich im fortgeschrittenen Bereich. Und zwar indem ich Armschienen produziere. Man baut ja mit dem Level, mit dem Schneider oder dem Lederer die Level 50er oder die Level in dem Fall, ich muss selbst nachschauen, dass ich euch nichts Falsches sage. Beziehungsweise habt ihr jetzt da keinen Schneider drauf. Die Anfangs-Items von BFA, die Schneider-Armschienen und die Leder-Armschienen, die grünen. Die produziert man. Dann schickt man die seinem Charakter, der Expulsum braucht und der geht zum Scrapper und entzaubert oder zerlegt diese Items. Und so ist der Expulsum-Wert berechnet. Ich kann euch den gern in den Chat schreiben. Der so berechnet die Herstellungskosten. Also wenn ich den Stoff einkaufe, Gischt vernebeltes Leinen. Man braucht zehn Gischt vernebeltes Leinen. Und man sagt ungefähr, dass auf sechs Armschienen kriegt man, deswegen die 6,25 auf sechs Armschienen, kriegt man ein Expulsum. Ich kann euch gern den Wert reinschreiben. Was seit dem Pre-Patch ist, bei einigen ist es so, dass die mehr Armschienen brauchen und nicht mehr sechs Stück pro Expulsum. Ob das immer noch der Fall ist? Ich muss sagen, ich stelle jeden Tag Expulsum her und ich bin immer noch beim Schnitt von sechs bis sieben Armschienen pro Expulsum. Das ist aber jetzt schon wieder zu weit ausgeholt im Video. Ihr könnt also wie gesagt für jedes Material einen Wert eingeben. Wenn ihr auf einem anderen Server durch einen Charaktertransfer Materialen günstiger einkauft, als sie da angezeigt. Also wenn ich sage, okay, ich habe mein Geistereisenerz. Geistereisenerz, ich habe einen Lieferanten. Das ist ja die Standardpreisquelle, was ich euch gezeigt habe vorhin im Fenster. Diese da. Ich habe, ich kriege das immer, mein Kollege farmt mir das für ein Gold. Ich gebe jetzt für Geistereisenerz ein Gold ein, weil mit dem Wert kann ich arbeiten. Ich kaufe das immer von ihm ab. Wenn ihr gewisse Händler habt, die euch Materialien verkaufen und die nicht mit den DB Min bei Out rechnen wollt, kann man auch so noch mal die Materialien eingeben. Und auch wie gesagt bei Cooldown Materialien. Cooldown Materialien für gewisse Bahnen, Donnerstahlbahnen, haben alle keine Werte mehr haben. Einfach da den Wert ändern. Jetzt sind wir die Werte durchgegangen. Jetzt geht es darum, wie wir Gruppen vorbereiten, damit wir nicht jedes Mal suchen müssen, welches Item lohnt sich, sondern wir fixe Gruppen haben und anhand diesen die Items produzieren können. Dafür geben wir ein das Beruf für Menü. Nochmal kurz. Schauen auf Herstellen und ihr seht dort oben TSM-Gruppen. Da sind jetzt die Gruppen drinnen mit den Standard-Default-Operationen. Wie ihr wisst, haben wir in Teil 2 haben wir eine Gruppe angelegt, die sich nennt Inschriftenkunde 72er Items. Für alle, die vielleicht Video 2 nicht gesehen haben, damit ihr wisst, wie man Berufegruppen erstellt. Ihr müsst das Crafting-Fenster offen haben und dort dann auf TSM-Gruppen gehen. Den Button dort rechts. Neue Berufsgruppe erstellen. Anklicken. In dem Fall jetzt ein Error, weil ich schon eine Gruppe habe. Deswegen kann es sein, dass er manchmal mal packt. Das ist leider TSM. Gerade bei der Berufsgruppenerstellung. Das ist so leichtes Stiefkind von TSM. Ich schneide das auch bewusst gerade nicht aus dem Video raus, weil das wird euch das immer wieder mal begleiten. Wenn ihr das habt, neu kurz neu laden. Das hilft bei TSM sehr oft. Es kann leider. Es ist immer natürlich viel Entwicklungsarbeit in diesem Error. Kann natürlich immer wieder sein, dass es mal zu diesem Fehler kommt. Wir sind jetzt wieder da. Alles ist wieder auf dem aktuellen Stand. Und wir gehen in die Gruppen rein. Dafür machen wir das auf. TSM auf. Gruppen. Wir wollen jetzt den 72er Schmuck ins Auktionshaus stellen und dafür Gruppen anlegen. Wir gehen auf Operationen. Standard-Operation könnte man lassen. Die produziert sehr viele Items. Das will keiner. Wir überschreiben die Operation und machen eine neue unter Crafting. Neue Operation erstellen. Wie nennen wir jetzt. Ihr könnt jetzt hergehen. Einfach sagen 10. 10. 10 Items. A 100 Gold gewinnen. Oder ihr ordnet es direkt zu. Wir nennen das jetzt ganz einmal. Dunkelmond Schmuck. Damit man weiß, wo es hingeht. Dunkelmond Schmuck. Wobei das gar kein Dunkelmond Schmuck ist. Sondern Level 72er Inschriften Schmuck. Ihr macht eure Operationen dann natürlich genauer. Beziehungsweise wie ihr sie haben wollt. Haben da eine Min Restock Quantity. Das ist alles viel zu hoch. Wir setzen das mal auf 1. eine Max Restock Quantity. Das heißt. Wie viele Items will ich maximal auf meinem Account haben. Wenn ihr. Wenn wir jetzt dort einstellen. Eine Restock Quantity von 10. Ich habe schon 4. 4 mal jeden Schmuck in meiner Tasche oder in meiner Bank. Wenn ihr jetzt dann. Wo wir gleich drauf schauen. Wenn ich dann auf Restock gehe. Dann würde er mir 6 Stück in die Warteschlange heifsen. Weil er die Differenz von dem was ich habe. Bis hin wo. Bis zu dem Punkt. Dass ich diese 10 erreiche. Also in dem Fall 6 Stück will er auffüllen. Mit 1 in der Tasche wären es 9 Stück. Set Min Profit. Kann man ja oder nein machen. Min Profit heißt. Dass ihr mindestens 100 Gold Gewinn machen wollt. Mit diesem Item. Ihr könnt natürlich entweder einen Wert eingeben. Oder andere Preisquellen. 10% Crafting. Zum Beispiel. Dass man mindestens 10% Gewinn haben soll. Der Profit. Ich lasse da meistens 100 Gold Standard drinnen. Oder bei gewissen Items wie Inschriftenrollen. Die so schon nur 5 bis 10 Gold Gewinn haben. Kann man auch 1 Gold oder 10 Gold. Das liegt bei euch. Welchen Mindest Profit ihr haben wollt. So zu verstehen. Das Item kommt erst in eure Warteschlange. Wenn ihr mindestens 10 Gold Gewinn macht. Was wir da gerade gesehen haben. Unter Gewinn. Hätte ich jetzt da die 100 Gold. Würde die tiefrote Tinte bei mir auf keinen Fall anzeigen. Hätte ich 5 Gold. Dann würde es anzeigen. Dann haben wir noch das Crafting Value. Entweder ihr lasst das Standard. Was wir vorhin eingestellt haben. First DB MinBow. DB Market. Oder ihr könnt es nochmal. Genau für diese Berufsgruppe. Für diese eine andere Craft Value eingeben. Das hier sagt. Die soll nach dem DB Historical. zum Beispiel arbeiten. In dem Fall. Wir lassen die Standard drin. Das andere kann man. Ist jetzt schon wieder für die Fortgeschrittenen. Man kann es überschreiben. Ihr könnt auch. Wenn ihr eine Gruppe angelegt habt. Oder eine Operation. Dort oben auf Gruppenverwaltung gehen. Auf das Plus. Und könnt diese mehrere Gruppen zuordnen. Die gleiche Operation. Wenn ihr sagt. Ich will jetzt nicht für jede Gruppe neu eine Operation schreiben. Sondern ich habe eine Standard Operation. Mit Min Restock oder Max Restock von 10. Und das soll auf meine Schneider Items. Auf meine Leder Items. Und auf meine Schmiede Items gelten. Dann wähle ich da aus. Schneider, Schmied, Lederer. Markiere die Gruppe. Und automatisch ist diese Operation allen Gruppen zugeteilt. Jetzt. Wir haben jetzt da gerade Min Restock 10 eingestellt. Wir wollen 10 Gold gewinnen. Für unseren 72er Schmuck. Wenn ich jetzt auf meinen Beruf wieder gehe. Dann auf TSM Gruppen. Auf die 72er Items klicke. Ich wähle die da aus. Und drücke auf Restock Selected Groups. Dann seht ihr dort hinten die 10. Wie schon vorher erwähnt. Und dass ich 3 von 10 bauen kann. Warum? Weil ich 6 Explosions habe. Ein Teil braucht 2 Explosions. Eines davon. Also ihr könnt nicht alle bauen. Aber ihr seht 3 von 10. Dort unten haben wir eine Auflistung. Geschätzte Kosten. Also was nämlich das kosten wird. Die Items zu produzieren. Und der geschätzte Gewinn. Was ich am Ende habe. Der setzt so zum Beispiel die Gruppen. Das könnt ihr dann für jede Gruppe machen und ausarbeiten. Wir können ja nochmal beispielsweise. Oder das will ich jetzt gar nicht in dem Video machen. Weil um Gruppen geht es in Teil 2. Jetzt geht es darum. Dass ihr gesehen habt. Wie kann ich das Ganze zuordnen. Und so spart man sich halt enorm viel Zeit. Ihr macht alle möglichen Gruppen. Ich kann euch mal kurz mein Standardinterface oder meine Gruppen zeigen. Wie die ausschauen. Für diesen Server. Für diesen Charakter. Ich gehe auf auf die Profile. Ich wähle mein Schallprofil aus. Gehe dann wieder auf meinen Beruf. Auf TSM Gruppen. Ihr seht da war ich schon wesentlich mehr. Mach einmal die Select All. Will jetzt die 400er Inschriften Items. 400 habe ich noch drin stehen. Im Endeffekt sind es jetzt 72er oder durch den Pre-Patch. Leder. Schmied. Schneider. VZ. Und klicke auf Restockselected Groups. Und dann zeigt er mir an. Freund. So viele Items fehlen dir momentan. Die müssten wieder hergestellt sein. Ich habe zum Beispiel bei den 72er Items 3 eingestellt. Also ich will immer 3 haben. Die sind meistens im Auktionshaus. Sobald eins weg ist. Das heißt da bei den Ketten Tretern des Unheimlichen. Habe ich nur 1 zum Auffüllen. Das heißt 2 sind auf meinem Account noch vorhanden. Entweder gerade in der Briefkasten, auf der Bank oder im Auktionshaus. So schaut dann die Warteschlange aus. Was ich jetzt machen müsste. Damit ich wieder das alles auffülle und dann das Auktionshaus stelle. Für uns jetzt. Ihr seht da materialtechnisch ist da jetzt gerade was zu machen. Man geht auf Sammeln. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist sozusagen die Gathering Funktion. Und da kann ich auswählen welchen Handwerker. Ich wähle aus Frozen Prime. Da bin ich jetzt gerade. Auf dem Charakter. Beruf. Inschriftenkunde. Würde für VZ auch was fehlen. Das können wir noch mitnehmen. Das haben wir gerade eben nicht gemacht. Damit ihr beides seht. Ich mache nochmal das Berufe Fenster auf. Gehe auf TSM Gruppen und wähle auch dort unten die Handring und Waffenverzauberung aus. Und es kommt eigentlich nur der Kraft Multiplikator dazu. Der sich lohnen würde. Ihr seht auch im Tooltip, dass der Gewinn pro Item 84 Gold wäre. Für die jetzt. Gehen auf Sammeln. Jetzt sind zwei Berufe zum auswählen. Und ihr seht die trüben Kristalle sind dazugekommen. Da steht jetzt zu Sammel den Materialien. Das wäre jetzt meine Liste die ich besorgen muss. Haben Akazienpulver 222. Bedarf 3738. Das lassen wir aber jetzt. Da gehen wir jetzt gar nicht so weit drauf ein. Sondern ich zeige euch jetzt was die Quellen sind und wie ihr das berechnet. Ihr seht, wir haben da im Auktionshaus die erste Quelle. Das heißt die Prioritätenliste, wie er die Items besorgen soll. Meine erste Quelle ist im Auktionshaus. Er soll schauen, gibt es die Items in seinem AHA, dann will ich es kaufen. Sinnvoller wäre als erste Quelle die Twings zu nehmen. Zuerst schaut er nach, ob einer von euren Twings diese Materialien gerade vielleicht hätte in seinen Taschen. Dann soll er nachschauen in der Gildenbank. Vielleicht ist in der Gildenbank was. Dann Twink Gildenbank. Dann die Option herstellen. Lohnt sich das? Ihr seht da unten, es gibt jede Menge Dropdown Menüs. Ihr könnt da wie gesagt eine Prioritätenliste erstellen, wie ihr an die Materialien soll. Ich lasse aber trotzdem meistens das AHA, weil ich einfach zu faul bin zum umlocken. Jetzt kann man AHA und Twinks. So lasse ich das. Oder zumindest Twinks AHA. Gehe dann auf Aufgabenliste öffnen. Dann habe ich diese TSM Aufgabenliste. Da steht jetzt, dass wenn ihr jetzt irgendwas auf dem Twink hätte, würde da stehen umlocken oder auslocken auf Foxy Gold. Da sind gewisse ausgelaufene Auktionen noch drauf. Zum Sammeln, das ist darum, wo es ums jetzt gerade geht, Sammeln. Hätte ich jetzt Expulsum nicht, hätte ich zum Beispiel Düsterstaub auf einem anderen Charakter und ich habe Twink als erstes gewählt. Dann kommt Auslocken. Dann locke ich auf meinen Charakter der Düsterstaub hat. Klick auf Sammeln. Da sammelt mir die Items ein. In unserem Fall habe ich da jetzt im AHA kaufen. Ich mache das Auktionshaus auf. Ihr seht jetzt dann auf Durchsuchen. Noch ist alles drauf. Gehe auf Durchsuchen. Drücke auf Alles kennen. Jetzt scannt ihr die Items im Auktionshaus, die ich gerade brauche. Beim Akazienpulver machen wir aber natürlich nicht, weil das Akazienpulver kann man auch beim Händler kaufen. Ich habe es, weil ich ja vorhin gerade AHA gewählt habe. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal zurückgehen, wir löschen die Liste und wählen Verkäufer, dann Auktionshaus, dann Twinks. Machen die Aufgabeliste neu öffnen. Da müssen wir nochmal kurz zu machen. Moment. Gehen nochmal dahin. Das ist Verkäufer, Quelle. Ich suche es gerade, ob das schon das Richtige war. Ja, müsste schon richtig sein. Wir löschen kurz die Liste nochmal. Alles abwählen. Alles steht vom Händler kaufen. Wie gesagt, ich sage es nochmal dazu. Es passiert, ich zeige es im Video gerade. Ist natürlich nicht geplant, dass das jetzt gerade, dass ich da nochmal das Neue aufmachen musste. Aber das wird euch im TSM, das eine oder TSM auch das eine oder andere Mal passieren, dass ihr das gewisse Sachen nicht laden. Man muss einmal TSM auf, zumachen. Wenn es gar nichts hilft, Reload. Ihr habt es gerade gesehen. Jetzt habe ich als erste Quelle zum Sammeln den Händler ausgewählt. Gehe jetzt auf mein Reittier, wo ich Akazienpulver kaufen könnte. Drücke dort auf Kaufen. Und er kauft jetzt das ganze Akazienpulver auf. Jetzt habe ich das automatisch in der Tasche. Jetzt gehe ich ins Auktionshaus rein. Drücke auf Alles kennen. Jetzt scannt er mir das Auktionshaus durch. Drübe Kristalle. Ah, neun Stück. Ich drücke drauf. Nur draufklicken. Gehe auf Sofortkauf. Und er wählt automatisch die neun Stück aus. Da Vorsicht. Da wirklich jeden Vorsicht jetzt, weil Leute scammen gerne im Auktionshaus. Wenn ihr da eine extrem hohe Zahl habt, weil eure Materialliste die hergibt, nicht einfach blind auf Kaufen dann drücken. Schauen, ok, geht sich das aus. Weil es gibt Leute, die dann Items für 2-300.000 Gold reinstellen. Und durch das automatische Kaufen da, kauft ihr diese teuren Items mit raus. Ich drücke auf Kaufen. Dann habe ich die neun Stück rausgekauft. Jetzt Düsterstaub. Ich drücke wieder auf Sofort. Das Item aus. Sofortkauf. 171 fehlen mir. Kauf das Ganze. Die frote Tinte. 222. Gehe auf Sofortkauf. Schaue, ob das hinkommt. Ist zwar extrem teuer gerade. Ich nehme es aber für das Video jetzt mit. Das wäre wahrscheinlich wesentlich günstiger zu craften. Da ich aber bei mir in der Einstellung Crafting gerade ausgelassen habe, ist die erste Quelle, wie ich es haben will. Gehe auf Buy und habe das gekauft. Um das Ganze zu umgehen, wie wir da jetzt gerade in der Craft Sammelliste waren, müsstet ihr dort herstellen. Über das Auktionshaus herstellen wäre, wenn ihr die Pigmente kauft. Herstellen da. Unprofitabel. Lasst ihr dann so mit drinnen. Das wäre dann die bessere Quelle gewesen. Dann hätte er mich wahrscheinlich gerade Blumen kaufen lassen. Diese malen und mit diesen, die die blutrote Tinte produzieren. Das ist eine Wissenschaft. Das sehe ich. Man kann sich da ein bisschen spielen. Was ist einem lieber? Ich habe meistens, ganz ehrlich, weil ich einfach zu faul bin, dann noch andere Sachen zu machen. Auktionshaus drin. Man verliert wahrscheinlich Gold, weil die Varianten, selbst gewisse Sachen herzustellen, deutlich günstiger sind. Wenn man aber einen Zeitdruck hat und bei mir ist es so, wenn ich die Items produziere, ich logge auf den Charakter ein, sehe, okay, okay, okay. Kaufe die Materialien aus dem A raus, verarbeite die, gehe auf den nächsten Charakter. Um Gold zu sparen, macht es natürlich Sinn, vielleicht den Unterschritt nochmal die Materialien selbst zu craften. Das waren jetzt die TSM Gruppen. Und das Sammeln. Und ich glaube, wir sind eigentlich den Großteil jetzt durchgegangen. Das Video ist doch ein bisschen länger gegangen, aber ich glaube, dass gerade Herstellung ist mit das Wichtigste und wo man am meisten Gold rausholen kann. Man kann da so durchscrollen. Ihr seht das mit den Gruppen, wie einfach das ist. Ich klicke jetzt da einfach drauf und der produziert die Items nach der Reihe nach. Jetzt fehlt natürlich Expulsor. Wir haben jetzt gerade die Kraftmultiplikator, die Materialien gekauft. Ich mache mal kurz meinen Briefkasten auf, hole die Materialien raus und zwar den Düsterstaub, die tiefrote Tinte und den trüben Kristall. Ich mache meinen VZ auf, sehe Kraftmultiplikator, drücke da wieder drauf. Jetzt habe ich natürlich kein Verzauberungspergament in der Tasche. Das hätte ich noch holen müssen vorhin. Und zwar kaufen wir schnell noch Verzauberungspergament. 200. So, und jetzt kann ich es produzieren. Ihr seht, Kraftmultiplikator 1. Bei Verzauberung müsst ihr leider immer wieder draufklicken, im Gegensatz zu Rüstungsitems. Die werden durchproduziert, bis ihr fertig seid. Ja und so geht man jetzt die Liste durch. Das war das Herstellen und im nächsten Video geht es jetzt dann wirklich schon darum, wie stelle ich meine Berufe-Items, die ich jetzt gerade hergestellt habe, ins Auktionshaus. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder im besten Fall sogar ein Abo. In diesem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg. Mit dem vierten Teil jetzt mit Crafting und mit dem fünften Teil herstellen oder ins Auktionshaus herstellen geht es weiter.